Also zuallererst lernen wir, wie wir mit dem Patienten korrekt umgehen. Wir lernen beispielsweise, wie wir korrekt waschen oder wie wir sie adäquat versorgen. Wir lernen zum Beispiel dabei, wie wir lagern, wenn jemand eine starke Verletzung hatte, damit nicht unnötige Schmerzen entstehen. Wir lernen, wie wir die Patienten beraten, wenn sie länger bei und zwar, wie sie mit ihrer Krankheit oder Verletzung richtig umgehen können. Und wir lernen auch, wie man korrekt kommuniziert, eben mit den Patienten, mit den Angehörigen im Team oder auch interdisziplinär. Das Arbeitsfeld von Pflegefachpersonen ist total breit. Allein im Krankenhaus gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann in der direkten Patientenversorgung in der Stationen arbeiten. Man kann beispielsweise in Funktionsbereichen wie dem OP oder im Herz-Katheter-Messplatz arbeiten. Man kann in Ambulanzen arbeiten. Man kann in Notaufnahmen arbeiten. Wenn man jetzt mal das Feld des Krankenhauses verlässt und guckt mal in den Bereich der Altenhilfe, dann kann man in der ambulanten Pflege arbeiten, die auch sehr breit aufgestellt ist. Das geht von der außerklinischen Intensivpflege über die Basisversorgung in der ambulanten Pflege. Man kann auch arbeiten im Pflegeheim in ganz unterschiedlichen Funktionen und Rollen auch, je nachdem, wie man qualifiziert ist oder wie man sich aufqualifiziert hat. Man kann auch in der Behindertenhilfe arbeiten, in der Eingliederungshilfe. Und Pflegekräfte sind darüber hinaus beispielsweise auch beim medizinischen Dienst beschäftigt, dort in wichtigen Funktionen. Pflegefachpersonen sind Beschäftigte der akademischen Qualifikation, also auch als Lehrerinnen und Lehrer. Und letztendlich sind Pflegefachpersonen natürlich auch im Management der jeweiligen Einrichtungen tätig. Ja, die Auszubildenden, die bei uns an der Universitätsmedizin in Mainz die Ausbildung starten, entweder zum 1. April oder zum 1. September, beginnen erstmal bei uns mit einem Einführungsblock. Der bereitet natürlich für den ersten Orientierungseinsatz intensiv vor. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir auch da ganz viele praktische Elemente auch mit einbauen, damit die Auszubildenden wirklich auch mit einer gewissen Sicherheit auch auf die Stationen im Einsatz gehen können. Wenn dann der Ersteinsatz im Prinzip vorbei ist, kommen die Auszubildenden auch wieder zu uns in den Theorieblock zurück. Das bedeutet, innerhalb der drei Jahre der Ausbildung wechselt Theorie und Praxis sich auch immer ab. Ich persönlich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir auch die Praxisphasen immer ganz intensiv reflektieren und dann natürlich auch mit den Auszubildenden besprechen, wenn auch irgendwelche Probleme da waren oder Schwierigkeiten. Es ist auch wichtig, dass auch die Ausbildung Freude macht und ja, dahingehend natürlich wir auch auf die Prüfungen gut vorbereiten können. Wir haben einmal eine Zwischenprüfung in der Mitte der Ausbildung, aber auch zum Ende der Ausbildung gibt es dann das Staatsexamen in der Praxis, wie aber auch eben in der Theorie.